so willkommen zurück das letzte mal hatten wir nur eine halbe folge die gegen sechs minuten oder so naja wie immer sein ich und mein gedächtnis gut jetzt habe ich eine ruhe jetzt muss ich wieder sehen wie viel wir schon haben und da geht es los hey schlafen wir ein geschenk im ernst klar wir haben ein neues schwert und es leuchtet blau wie ein kristall das hast du doch geschenkt nach was ihr hat es nie benutzt wo bleibt juna wir fangen doch im selben schiff juna gehen wir doch vor juna kam vor zehn jahren um dieses dorf ist die stille zeit so was das anbrach stille zeit seitdem ist juna wie eine kleine schwester für lülle und sie hatte das zeug dazu und wurde zum angehenden medien und heute geht sie als medium auf die reise wir wollen dass wir alle zusammen aufbrechen ja da vorne ist sie das gepäck wird nur lästig das sind nicht meine sachen es sind geschenke für den orten wir sind keine terroristen terroristen wir sind keine touristen wir sind die spara babababam okay dann mal los Ja, die drei Terroristen, die gehen nun los und ähm, machen wir das Kapol. Gut, wir haben hier die Kontrolle. Kontrolle ist gut. Wir gehen jetzt zurück, zurück ins Dorf, Beseit. Beseit. Weil ich gerne noch gucken möchte, ob da doch was ist und so weiter. Wir laufen mal durch die Gegend und hemmen auf dem X-Knopf rum. Ah, das finde ich gut, 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 gut. Ja, falls ihr euch jetzt fragt, warum ich das mache, ich habe da so eine kleine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das eine begründete Ahnung ist oder ob es... Okay, das ist wieder dieser giftige Super Mario-Typ. Oder ob es einfach nur Hanebüchen ist. Ich würde mich gerne aber davon überzeugen. Ich werde hier einfach mal die Leute nochmal vollquatschen. Okay. Ja, man kann hier genug beten. Das ist genau wie mit dem Schnaps. Man kann nie genug Schnaps trinken. Wenn ich mich nicht irre, war hier noch was. Na, wir werden, wir werden sehen. Wir gehen nochmal in die Häuser rein. Also hier ist das Bude, die ist leer. Ich weiß gar nicht, haben... Ah, okay, alles klar. Wir haben jetzt auch die anderen Gruppenmitglieder. Die werden wir uns nachher gleich nochmal angucken. Ich gucke da vorne noch mal nichts. Gehen wir nochmal hier rein zur Händlerin. Ich würde ungern etwas verpassen. Während meine Schwester betet, schmeiße ich den Laden. Okay, ihre Schwester betet. Sie ist ein bisschen heller heutiger als die andere. Gestern hat mein Kleiner etwas gefunden, was es wohl gewesen ist. Okay. Ihr Kleiner hat etwas gefunden. Naja, wir werden mal sehen. Sollen wir mal sehen. Ähm, ihr Kleiner hat etwas gefunden. Ihr Kleiner. Na gut, gehen wir weiter. Wir gehen mal rein, ob wir vielleicht die betende Schwester finden. Mal sehen. Vielleicht bringt das ja was. Wir können sie ja stören, während sie betet. Das würde sie wahrscheinlich sehr, sehr freuen. So, wo ist die Dame? Die müsste relativ dunkelhäutig haben. Äh, relativ dunkelhäutig sahen, man. Oh, hier ist sie. Und hier hat so eine rote Stirnmann. Wir quatschen sie mal voll. Sie begleiten die ehrwürdige Juna. Wollen sie also auch in Leibgarde werden? Hm, vielleicht. Über die Aufgabe einer Leibgarde fragen sie am besten die Garde Lulu. Sie weiß über vieles Bescheid. Und wird eine größere Hilfe als Baka sein. Ja, so weit war ich jetzt auch schon. Ähm, das ist klar. Gut. Wir gehen nochmal raus. Also wir haben auf jeden Fall was erfahren. Das war jetzt nicht so wichtig. Hm. Aber, na, wir werden sehen. Wir werden sehen. Was ist hier noch? Das habe ich im Blut. Hm. Falls ihr irgendwo einen kleinen lustigen Hund seht, dann ähm, schreibt mal. Weil den suche ich gerade. Die blöde Schweinetöle. Ich gehe nochmal hin. Auf ein baldiges. Auf ein baldiges. Okay. Das doof finde ich jetzt gerade. Und ich glaube, ich habe irgendwas vergessen. Und ich hasse es, wenn ich irgendwas vergessen habe. Ähm, was passiert auch nur so oft? Gut. Äh, wir haben jetzt hier die ganze Folge verbraten. Für nix und wieder nix. Aber, was kostet die Welt, ne? Ist ja alles nicht so schlimm. Zumindest nicht für mich, weil ich kann ja gleich weiterspielen. Wir speichern hier nochmal. Ich werde ein bisschen schauen, ob ich vielleicht doch noch was finde. Und falls nicht, äh, ja, soll es eben nicht so sein. Scheiße, ich trau. Was ist das hier? Ah, ein Albert-Lexikon. Wie schön. B. Das finde ich sehr cool. Das habe ich jetzt nicht gesucht, aber trotzdem schnell. Der Speicher, ähm, die Folge ist dann erstmal rum. Wir machen das mal so abwechselnd hier. Die, 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 die. Ja, tut mir leid, dass nicht so viel passiert ist. Aber, ähm, ja, was soll man machen? Bis zum nächsten Mal. Ciao.